Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video auf meinem Zweitkanal. Und heute will ich mal über Warhammer reden, beziehungsweise eine kurze Einführung in die Fraktionen vom dritten Warhammer Total War teilgeben. Und fangen wir mal mit den Chaosgöttern an. Nachdem man ein halbes Jahrzehnt auf diese Fraktion gewartet hat, kann man nun sowohl auf der Weltkarte als auch im Warp, der magischen Paralleldimension von Warhammer, in den Reichen der Chaosgötter und natürlich die Armeen der Chaosgötter selbst spielen. Und jede einzelne der Einheiten der vier großen Götter sieht wirklich originell aus und folgt dennoch dabei einem gleichen Grundbauplan. Jeder Chaosgott gebietet nämlich beispielsweise über höhere und niedere Dämonen und allerhand andere Einheiten. Zum Beispiel sind diese Heavy Metal Juggernaut Reittiere von Khorne zwar Reittiere, aber sie unterscheiden sich stark von Thaddeus auf Schneckenplasma, aka eben jenen Reittieren, auf denen die Krieger von Slaner schreiten. Und ein Dämon von Khorne wird nicht dazu in der Lage sein, Magie zu wirken, während genau das der Hauptskill von einem Lord of Change, einem größeren Dämon von Zinsch sein wird. Und die Krieger Nurgles werden viel zäher und resistenter sein, als die flinken, präzisen und perfektionistischen Krieger von Slaner. Und während die vier großen Götter sich meistens nur gegenseitig bekriegen, werden sie alle von eigenen primären Emotionen genährt, die ihre Macht stärken und ihnen es erlauben, mehr Dämonen quasi aus dem Nichts zu erschaffen. Weshalb sie eben diese Dämonen und vor allem ihre Kultisten in die Welt aussenden, um eben genau mehr von eben jenen Emotionen zu erzeugen. Klingt kompliziert, aber hier einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, das Internet fällt alle paar Minuten aus und du konntest nicht beenden, was du angesehen hast. Die Wut darüber und die Schläge auf die Tastatur würden Korn nähren, den Gott des Krieges, des Schlachtens und der Gewalt. Wenn du anstelle dessen aber gerne da weitermachen würdest, wo du aufgehört hast und dir wünscht, nie mehr aufhören zu müssen, befeuert diese Lust, Slanesh, den Chaos-Gott-gewordenen Browser-Verlauf. Und wenn du den Browser in den Inkognito-Modus versetzt oder die Hand wechselst, füttert diese Veränderung Siensch, den Chaos-Gott der Magie und des Wandels. Und wenn du ein ungewaschenes, auf dem Dachboden hockendes Kellerkind bist, freut das Großväterchen Nurgle, den Gott des Lebens, des Todes, des Verfalls und natürlich der Krankheit. Apropos, das Ogerkönigreich wurde zu Tode gemimt und vom Discord-Mod über Warhammer-Fans bis hin zum durchschnittlichen Gamer wurden sie schon mit allem Möglichen verglichen beziehungsweise als alles Mögliche beleidigt. Dabei sind die Ogern versucht der Alten, den Gestaltern der Warhammer-Welt gewesen, das Chaos in Schach zu halten. Was halbwegs funktioniert hat. Denn diese gigantischen, brutalen Kriegsmaschinen sind dazu in der Lage, Dämonen zu essen. Und so ziemlich alles andere auch. Und dazu geben sie hervorragende Söldner, Cosplayer und Mookbanger ab. Dann gibt es noch Kislev. Und die Nation ist im Prinzip jedes einzelne osteuropäische Stereotyp auf einmal. Und er füttert von hier und da mal ein paar historischen Einheiten. Etwa Bärenreiter oder eine Eisprinzessin. Und zum Schluss gibt es nach einer doch sehr aufwendigen und langwierigen Standalone-Beta-Phase zum ersten Mal das Ferne-Kartei zu spielen. Hier gibt es Blitze, Flammenwerfer, Drachen, Luftschiffe und recht viele kreative Erfindungen. Im Prinzip ist das Ganze Avatar auf Steroiden. Und ja, man spielt als Azula. Und das war es mit meiner kleinen Vorstellung zu den einzelnen Fraktionen in der Warhammer-Welt. Zumindest die neuen im dritten Teil. Und wenn nicht nur Slaanesh diese Einführung gefallen hat, sag mir ganz gerne im Kommentarbereich Bescheid. In diesem Sinne macht's gut und habt einen schönen Tag. Und wenn nicht nur Slaanesh diese Einführung gefallen hat,